Hallo und herzlich willkommen zu meinem weiteren Blog. Ich habe ja gesagt beim letzten Blog der Brecherspitze, dass dieses Jahr wahrscheinlich keiner kommen wird, aber es kommen ganz kurz am Ende des Jahres noch mal einer und zwar fahren wir heute noch mal ins Mangferlgebirge und zwar ein bisschen westlicher und zwar zum Hirschberg, davor noch auf das Hirschberghaus nach Kreuth. Ja und ich werde euch vielleicht noch den Weg zeigen und dann sehen wir uns wieder. Tschüss. So kommen wir einmal kurz zur Blickbeschreibung. Wir haben kurz vor Kreuth geparkt in dem Ort Point in der Nähe von Scharling. Bei diesen Liftstüberl muss man leider 3€ Eintritt zahlen. Der Schatten geht nicht weg. Da sind wir diesen Steig hier hochgegangen und dann von diesem Weg bis zu den Rauerkalmen gegangen. Von den Rauerkalmen von hier aus, da einmal hinter und dann hier direkt auf den Hirschberg. Dann sind wir zurück zum Hirschberghaus und über den Hirschberghaus gibt es einen kleinen Gipfel. Der ist eigentlich, sieht man, ziemlich, gut war ja ein ziemlich großes Gipfel, Gott sei Dank, der hier aber nicht eingezeichnet ist. Aber ich habe nachgeguckt, wie er heißt, also er heißt Kratzer. Ist irgendwas mit, auch 1500 Meter hoch. Und danach sind wir aufs Hirschberghaus, haben dort gegessen und sind dann diesen kleinen Weg da zurückgegangen. Und über den Steig haben wir hier abgekürzt. Über diesen Weg da zurück. Hier alles zurück. Und dann sind wir da über die Straße wieder zum Liftstüber gegangen, weil da unser Auto stand. Und dann sind wir da wieder nach Hause gefahren. Ja, und jetzt kommt der Block, wenn ihr ihn noch sehen wollt. Okay, dann viel Spaß mit dem Block. So, wir sind jetzt in Kreuth am Parkplatz. Und von hier sind jetzt zwei, dreiviertel Stunden zum Hirschberg. Wir werden erst nach dem Gipfel aufs Hirschberghaus gehen. Jetzt hier links lang gehen. Und dann, wenn wir sehen, was es weitergeht, werden wir wahrscheinlich davor noch den Vorgipfel vom Hirschberg gehen. Ja, dann sehen wir uns irgendwann später wieder. So, wir sind jetzt von Scharling diesen Steig hier hochgegangen, bis wir beim Wegweiser angekommen sind. Ich habe es gezeigt, wir brauchen wieder nach links, da links den Weg, damit wir zum Hirschberg kommen. Da drüben sehen wir jetzt den Wallberg, aber schon leider ein bisschen im Nebel. So könnte es ein bisschen durchgehen. Hier oben haben wir auch schon Schnee. Ein kleines bisschen, ja. Siehe von dem Wallberg, aber ein bisschen im Nebel. Mehr sehen wir noch nicht. Vorher haben wir noch die Blauberge gesehen. Ja, da runter geht es nach Scharling wieder. Ja, und wir gehen jetzt noch weiter direkt auf den Hirschberggipfel. Und das sehen wir uns dort wahrscheinlich wieder. So, wir sind jetzt auf dem Gipfel des Hirschbergs. Das Gipfelkreuz ist ziemlich zugefroren. Wir sehen jetzt auch bis zum Tegernsee runter. Gras haben wir irgendwie gar nicht gesehen, weil wie viel zu viel Nebel hatten. Aber jetzt gerade sieht man was. Also man sieht den ganzen Tegernsee da hinten. Unten sieht man jetzt das Hirschberghaus. Darüber noch vielleicht einen kleinen Nebelgipfel, den wir vielleicht noch gehen werden. Ja, da drüben würde man jetzt eigentlich Rost und Buchstein sehen. Hier sieht man aber, glaube ich, irgendein Nebel nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, das jetzt nicht sehen wir. Es ist aber jetzt verschwind der Nebel gerade. Vielleicht sehen wir was. Also Rost und Buchstein waren wir ja 2013 einmal. Ja, und da drüben sieht man jetzt. Ich muss kurz gucken, wie ein Berg das ist. Könnte auch auf dem Buchstein jetzt sein. Ich blende euch vielleicht ein Bild ein, wo ich da vor drei Jahren war. Ja, und dann sehen wir uns unten auf dem Hirschberghaus zugleich. So, nachdem wir auf dem kleinen Nebelgipfel direkt über dem Hirschberghaus waren, sind wir jetzt aufs Hirschberghaus gegangen. Haben da drinnen kurz gegessen. Ich werde nachher nochmal kurz nach dem Namen des Nebelgipfels gucken. Da drüben sieht man jetzt den Fockenstein, das Ochsenkamp und den Hirschberg, auf dem wir gerade waren. Und hier sieht man nochmal das Hirschberghaus, auf dem wir jetzt gerade was gegessen haben. Es ist ziemlich kalt draußen. Ja, und wir werden jetzt Sonntag gehen. Ich habe richtig Angst, dass mir der Speicher der Kamera vollgeht. Deswegen seht ihr die Abmutter vielleicht zu Hause erst. Aber vielleicht seht ihr auch vom Parklos unten. Vielleicht seht ihr auch zwischendrin nochmal ein Video. Werden nämlich jetzt mit einem anderen Weg runtergehen. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Weil ich ja die Wegbeschreibung aus dem Hirschberghaus oder zuhause gedreht habe, weiß ich nicht. Also, das ist natürlich gedreht. Ja, und wir gehen jetzt los. Sehten Sieben nach CK Kreuz, glaube ich. Müsste es sogar sein. Auf dem war ich auch 2013. Blende ich mir auch nochmal gleich ein paar Bilder ein. Ja, und wir gehen jetzt, glaube ich, nach oben. Da sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder. Okay. So, das war's mit dem vorletzten Vlog für dieses Jahr. Denn es ist spontan noch eine Möglichkeit gekommen, in zwei Tagen nochmal einen Vlog zu machen. Den werdet ihr wahrscheinlich am Silvester sehen. Ja, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Wenn nicht, lasst keinen Like da. Und drückt auf den Eikrissball hier. Dann könnt ihr mich abonnieren und nichts mehr verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.